Ich habe in 2022 jeden Monat gezeigt, was ich zusätzlich zu meinem Arbeitslohn und Kapitalertrag verdient habe. Dabei habe ich meistens ein Projekt vorgestellt, was ich aktuell umsetze. Und in diesem Video gibt es die Auswertung von den einzelnen Projekten. Manche sind schief gelaufen, manche sind gut gelaufen. Wie es genau aussieht, erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Finanzen im Griff. Ich bin Marek und wir starten gleich mit dem Projekt im Januar. Da habe ich mich bei Heidollar angemeldet und habe da ein paar Umfragen beantwortet. Und für jede Umfrage, die ich einmal am Tag machen konnte, habe ich einen Heidollar bekommen. Der war damals wesentlich mehr wert. Hier hatte ich 45 Stück. Insgesamt hatte ich dann am Ende 72 Stück. Konnte dann keine Umfrage mehr starten, weil ich mindestens eine Person werben musste, alle sieben Tage, um weiterhin diese Umfragen zu beantworten. Was für mich persönlich unmöglich war. Ich konnte gerade einmal eine Person werben und habe mir dann gedacht, ja okay, dann lasse ich es gut sein und warte ab, bis alle Heidollars entsperrt sind und dann verkaufe ich sie. Es ist ja so, dass jeder Heidollar erstmal für 365 Tage gesperrt ist, bis du ihn verkaufen kannst. Also angeblich war das so. Und ja, schauen wir uns jetzt mal den Wert an von den Heidollars. Man sieht ja, ich hatte 45, jetzt habe ich 72. Damals waren die 45 Heidollars 11 Dollar wert. Das heißt, die hatten einen Einstiegswert gehabt von ungefähr 19 Cent oder einen Wert pro Stück von 19 Cent ungefähr oder 17 Cent. Und aktuell sind wir bei 2 Cent. Also eigentlich ist die ganze Kohle weg, könnte man sagen. Und das Krasse war ja noch, ich gehe auf Verkaufen. Da steht drauf, demnächst verfügbar. Das heißt, ich kann nicht mal meine jetzigen Heidollars verkaufen. Das wären immerhin 1, 2 Euro gewesen. Aber das ist natürlich wirklich nicht viel. Aber dann hätte ich wenigstens mein Geld raus und könnte kündigen. Ja, geht leider nicht, weil einfach die Funktion nicht verfügbar ist. Und habe jetzt dann noch gesehen, dass bei Heidollar auch eine Kreditkarte verfügbar ist, die mich nur reizt, weil ich gesehen habe, dass YouTube Premium da kostenlos möglich ist. Klar, wenn ich die Coins nicht verkaufen kann, macht es natürlich keinen Sinn. Es hat die Frage, ob man die Coins beim Verkaufen ausgeben kann. Und die habe ich mir auch bestellt. Das heißt, ich habe jetzt nochmal die Heidollars bei 2 Cent gekauft, 1000 Stück. Und wollte jetzt einmal die Karte endlich haben. Aber selbst da gibt es wieder Schwierigkeiten. Also scheint für mich ein sehr schlechtes Projekt gewesen zu sein. Und ja, finde ich schade und würde euch das nicht empfehlen, dass ihr da vielleicht überlegt, die Karte zu holen. Das ist ja schon mal. Auch wenn es 3% gibt, es funktioniert nicht gut. Außer es funktioniert bei dir, weil ich habe ja auch Probleme mit Plutus. Mein Kumpel, der hat die Karte schon. Wir haben es gleichzeitig bestellt. Ich glaube, vielleicht mit einem Tag Unterschied. Und ich habe die Karte noch immer nicht. Und habe es auch nochmal bestellt. Also bei den Sachen habe ich irgendwie Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber im Prinzip ist das Projekt für mich komplett ein Fail. Ich hoffe trotzdem noch, dass ich meine Karte bekomme. Und die wenigstens kurz testen kann. Auch wenn es nicht so toll läuft, wie ich gedacht hätte. Genau. Dann kommen wir zum Februar. Da habe ich einen Messenger gefunden, auch mit Kryptowährungen. Da tust du ein bisschen schreiben, Sprachnachrichten schicken. Und wenn es wer anders auch macht, den du geworben hast, kriegst du nochmal extra Coins. Also die meisten Projekte haben auch wirklich mit Kryptos zu tun. Muss ich ehrlich zugeben. Ist auch vielleicht das Interessanteste, was man hat. Dass so Kryptosachen, weil die auch am meisten bringen könnten. Aber man sieht auch, dass sie auch am meisten Verlust machen könnten. Also in dem Fall, dass bei mir bis jetzt noch nicht wirklich ein Verlust. Wobei ich die High-Dollars ja nicht verkaufen kann, die ich gekauft habe. Und das ist ein riesen Nachteil. Genau, man sieht hier, wie der Messenger ausgeschaut hat. Also eigentlich genauso wie WhatsApp. Und du kannst dann nebenbei einfach die Coins verdienen. Ich hatte jetzt hier irgendwie 0,286 Stück. Und muss auch sagen, ich kann mich nicht mehr einloggen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also das war generell nicht so toll, die App mit der zu schreiben und so. Habe ich auch nur, ich glaube, eine Woche genutzt oder so. Weil dann war es mir einfach zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Und fand ich schade. Ein cooles Projekt, wenn du sagst, okay, du schreibst mit Freunden und kriegst dafür Coins, die dann später was wert sind. Haben mir gedacht, ja, geile Sache. Allerdings, gleiche Problem wie beim High-Dollar. Man sieht hier aktuell 7 Cent. Ist halt auch gestiegen wieder. Aber man sieht hier auch den Abfall, wenn ich auf ein Jahr gehe. Genau, waren sie hier bei 17 Cent. Und dann auf 7 Cent gesunken. Also ist wieder ein starker Verlust. Auch echt schade, dass es so Projekte einfach so stark fallen. Aber ist ja logisch, irgendwie muss es ja bezahlen. Oder irgendwie müssen die Coins ja kommen. Die können sich ja nicht irgendwo herzaubern. Und genau deshalb ist es halt einfach problematisch, dass man sich da ein cooles Projekt draus sucht, was auch wirklich funktioniert. Genau. Dann kommen wir jetzt zum März. Da habe ich angefangen mit den nächsten Sachen. Und zwar diesmal mit Robotics Online. Das war so eine Trading-Plattform, könnte man sagen. Man zahlt Bitcoins ein. Und kann dann mit denen sozusagen ein Fonds starten, den man da einfach anlegt. Und danach wird das Geld mehr. Und das ist ja auch so High-Risk mäßig. Habe ich ja gewusst, dass es ein sehr hohes Risiko ist. Und da hat der Christian gesagt, hey, das gibt es da. Extrem hohes Risiko, aber extrem hohe Rendite. Wenn du rechtzeitig dein Geld rausziehst, kannst du auch gut Geld machen damit. Deswegen habe ich es auch gemacht. Im Endeffekt habe ich auch Geld eingezahlt. Und da hat jetzt eben der Christian ein Update gemacht. Ich verlinke dir das Video einfach unten in der Videobeschreibung. Hat mal gezeigt, was aktuell die Probleme von Robotics Online sind. Also ich kann dir ein Herz legen, wenn du da investiert bist oder da Geld drin hast, beziehungsweise weil investieren ist ja nicht, das ist ja eher spekulierend. Genau. Dass du da einmal das Video anschaust, der sagt ein paar Punkte. Der hat auch einen guten Draht zum Support. Jetzt inzwischen nicht mehr. Also die melden sich nicht mehr so wie am Anfang. Genau. Also im Großen und Ganzen war das auch nicht so toll. Ich würde euch ja noch ein Screenshot von mir zeigen. Leider. Nicht leider, sondern ich habe mein Konto geschlossen. Das heißt, ich habe mein Geld abgezogen. Hatte, glaube ich, einen minimalen Gewinn. Auf jeden Fall habe ich mein Geld noch in Sicherheit bringen können. Und deswegen war das für mich dann zu Ende. Und ich habe dann meine Finger davon gelassen. Was eine gute Entscheidung war. Aber habe ich erst gemacht nach dem nächsten Projekt, was jetzt gleich kommt. Genau. Dann kommen wir eben jetzt zum nächsten Projekt. Zu Juicy Fields. Ich meine, da habe ich leider auch ein paar geworben. Und viel zu wenig auf das Risiko hingewiesen. Also das tut mir auch leid an dieser Stelle. Also man sieht hier, da hatte ich sieben Pflanzen. Habe einiges an Geld reingetan. Für mich ist es viel gewesen. Das waren 600 noch was Euro. Das sehen wir eh gleich. Und das war ein Scam. Also man konnte sich nicht mehr einloggen. Geld war sozusagen futsch. Weil wenn man sich nicht einloggen kann, kann man nicht das Geld wieder zurückholen. Da, ja, saublöd. Aktuell kann man sich wieder einloggen. Habe ich auch gemacht. Und man kann hier oben sein Geld zurückfordern. Bei mir sind es ja 585 Euro, die ich zurückfordern kann. Die bemessen das so. Das, was du eingezahlt hast, minus das, was du ausgezahlt hast, das kannst du zurückfordern. Und genau, wie das Ganze funktioniert, gibt es sicherlich irgendwo ein Video auf YouTube. Ich habe es halt schon gemacht und habe da jetzt nicht an gedacht, dass ich jetzt noch ein Video drüber machen könnte. Genau, also die verkaufen auch wieder Pflanzen. Auch total überraschend für mich. Auch nicht verständlich, dass das jemand noch macht dann. Also sich da Pflanzen kauft. Ja, auf jeden Fall kann ich 585 Euro zurückfordern. Heißt aber nicht, dass ich es bekomme. Es könnte sein, dass ich einen Teil bekomme oder halt gar nichts. Also für mich ist das Geld erstmal abgeschrieben. Und wenn etwas zurückkommt, dann freue ich mich. Und wenn du noch nicht die Anforderungen geschickt hast an Juicyfields, empfehle ich dir, dass du es noch machst. Weil das sind ein paar Klicks. Okay, ein, zwei Sachen sind ein bisschen aufwendig, dass du halt eine Datei brauchst. Nicht Datei, sondern einfach ein Dokument, das nachweist, dass du es eingezahlt hast. Das kann man hier aber auch runterladen in dem Account. Wenn man sich wieder einloggen kann, ist ja aktuell der Fall. Und dann kannst du es genauer nachschauen. Genau, da hat Christian auch wieder ein Update gemacht. Und der ist so verrückt, dass er vielleicht sogar ein paar Pflanzen kaufen will. Genau, also ich habe abgestimmt bei seiner Umfrage. Er habe gesagt, natürlich, tu dein Geld verbrennen. Beziehungsweise will ich schon wissen, ob das vielleicht dann doch funktioniert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass sie das Geld dann für diejenigen hernehmen, die praktisch geprellt worden sind. Also diejenigen, die auf den Scam reingefallen sind und eigentlich das Geld zurückhaben wollen, was sie eingezahlt haben. Und beim Christian ist es so, der hat es richtig gemacht, beziehungsweise war der auch lang genug dabei, also früh genug dabei, könnte man sagen. Er hat praktisch möglichst schnell seinen Einsatz wieder rausgeholt und dann noch mit dem Gewinn weiter spekuliert sozusagen und Pflanzen gekauft. Und deswegen bei ihm steht zwar 1000, also hier drauf 1200 Euro, das er hätte. Und wenn er drauf geht mit der Maus, so wie ich hier, steht bei ihm 00 drauf, weil er mehr rausgezogen hat, als er eingezahlt hat. Und deswegen, er kennt sich da ganz gut aus, würde ich sagen, mit die High-Risk-Sachen. Also wenn dich sowas interessiert, mit viel Risiko, Christian ist dein Mann, der testet auch einige Sachen und hat auch Bock drauf, ein bisschen Spielgeld hier und da einzusetzen, um zu gucken, was passiert und wie es funktioniert. Also da hat er auch Freude dran. Deswegen kann ich dir nur den Kanal empfehlen. Wie gesagt, dieses Video ist unten in der Videobeschreibung. Genau, das war wohl das Allerschlimmste. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Projekten, die nicht wirklich Projekte sind, sondern eher Sachen, wo man Geld verdienen kann. Und zwar mit Streetspotter und Romler. Das sind zwei Apps, wo man beim Einkaufen Geld verdienen kann. Das heißt, du erledigst Aufgaben im Geschäft. Du musst zum Beispiel das Regal fotografieren oder sonstiges. Habe ich in der App erklärt. Kann man halt machen. Ich nutze Romler nicht mehr. Habe ich eben damals neu installiert im Mai und fand das nicht so gut. Also ich fand, die Aufgaben sind zu lang und, weiß nicht, Zuverlässigkeit fand ich irgendwie nicht so gut. Und man hat noch eine Gebühr bei Auszahlung. Also da war ich dann überhaupt nicht mehr begeistert. Deswegen habe ich es dann deinstelliert. Man sieht hier mein Profil von Streetspotter. Da habe ich halt mehr Spaß, habe auch das schon länger und nutze es halt wirklich nur nebenbei, so minimal. Also da kommt bei mir nicht viel rum. Aber wenn ich meine Aufgabe sehe, die geil ist, dann mache ich die einfach auch. Genau. So, dann kommen wir wohl zum besten Projekt, zu Verstaumich. Die heißen jetzt ein bisschen anders. Die heißen jetzt Spacewise. Da habe ich meinen Keller vermieten können. Habe da erklärt, wie ich es genau gemacht habe. Und das war echt die beste Sache überhaupt. Habe hier mal die Plattform aufgerufen. Die haben jetzt ihr Image ein bisschen geändert. Verstaumich fand ich persönlich ein bisschen besser. Man kann jetzt den Service nutzen, dass sie praktisch die Abrechnungen machen. Dass praktisch der Geldeingang bei Spacewise passiert von dem Mieter. Und die dir eine offizielle Rechnung stellen, glaube ich, oder eine Gutschrift. Dass du das praktisch besser bei der Steuer angeben kannst. Fände ich persönlich jetzt nicht so nötig. Davor habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach nur eine Plattform war, um Leute zu vermitteln. Und ja, deswegen fand ich persönlich, dass die Verbesserung eine eher Verschlechterung ist, könnte man sagen. Man kann es ja auch bei eBay-Kleinzeigen reinstellen oder sonst wo. Also ich habe es halt eben im Umkreis vermieten können. Und das war auf jeden Fall eine tolle Sache und bringt mir immer noch Geld. Ich bekomme aktuell jeden Monat 30 Euro für den Keller. Und deswegen hat es sich für mich extrem gelohnt. Also war wirklich eine super Sache. Und ja, kann ich nur so weiterempfehlen. Dass man überlegt, ist das, was du im Keller hast, wirklich 30 Euro im Monat wert? Oder kannst du es vielleicht irgendwie anderweitig entsorgen oder halt mal ausmisten und die restlichen Sachen irgendwo in die Wohnung verstauen? Vielleicht auch die Wohnung etwas ausmisten? Das wird sich sicherlich befreien. Also ich kann es nur empfehlen, mir persönlich hat es sehr gut getan, Sachen loszuwerden. Und ich weiß einfach nur, ich habe noch Sachen in der Wohnung, im Keller nichts mehr. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, dass man einfach nicht überall seine Sachen hat. Und somit den Kopf etwas freier hat. So ist mein Gefühl. Und noch ein Punkt zu Spacewise. Wenn du öfter den Mieter wechselst, macht es vielleicht schon Sinn, da die Gebühr zu bezahlen, beziehungsweise die Gebühr zahlt der Mieter und nicht der Vermieter. Und das kann vielleicht Sinn machen, wenn du wechselnde Mieter hast, dass du dich da anmeldest und dann mit der Gebühr das machst. Dann hast du es einfach als offiziell, hast du immer ein Beleg dafür und so weiter. Also das ist glaube ich eine coole Sache für diejenigen, die kurzfristig vermieten, aber langfristig lohnt sich das überhaupt nicht. Also davor konnte ich bei Verstaumilch einfach den Mietvertrag herunterladen, den fertig ausfüllen zusammen mit dem Mieter und das war es dann. Also es war eine easygoing Sache, die ich aber nicht so machen würde, wenn ich öfter im Jahr vermieten würde. Also immer wechselnden Mieter habe. Deswegen nur anschauen, wenn dich das interessiert, dass du kurzfristig deine Lagerräume vermietest. Es kommt auch noch ein eigenes Video zum Vermieten, was ich an Erfahrungen gemacht habe. Wird aber circa noch 9 Monate dauern, 19 Monate ungefähr, weil ich noch das mit der Steuer erklären muss, dass ich das auch noch im Video sagen kann, wie es abläuft. Natürlich nicht zu 100%, weil ich bin ja kein Steuerberater, aber ich werde da jetzt meine Erfahrungen sammeln und wissen, wie es genau abläuft, damit ich in Zukunft meine Steuererklärung richtig machen kann und die ganzen Sachen angeben kann. Genau, dann kommen wir zum nächsten Monat. Da habe ich den Zusatzverdienst vom Juli gezeigt und meine Scams, in dem Fall Juicy Fields und Robotics Online war halt eh schon eine Gefahr. Und auf den Punkt, den ich noch eingehen will, ist Bondora Go & Grow. Da wurde mir ein Video zugespielt, was ein bisschen die Transparenz hinterfragt von Bondora Go & Grow. So, und fand ich echt gut, wie er das gemacht hat und auch fragwürdig, wie es da genau ausschaut mit der Transparenz, beziehungsweise haben sie ja noch das Go & Grow, der Zinssatz geht runter und ja, das sind alles keine guten Anzeichen. Deswegen habe ich persönlich für mich entschlossen, dass ich mein Kapital reduziere. Ich bin auf 1.500 runter, also ich will auf 1.500, ich warte einfach bis die Zinsen, die 1.500 überschreiten und dann hebe ich wieder ein bisschen was ab. Also, ich werde immer ein bisschen was abziehen und lass es bei dem Betrag, weil das Risiko mir persönlich einfach zu hoch ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Schau dir gerne dieses Video an und dann kannst du deine Meinung selber bilden und entscheiden, was du machst. Ich persönlich bin vom P2P sowieso nicht so überzeugt, habe auch noch eine P2B Plattform, da habe ich auch Verlust gemacht, die habe ich auch hier mit erwähnt gehabt in dem Video. Und ja, das ist für mich persönlich schon so ein gebranntes Kind, könnte man sagen. Da bin ich lieber am Aktienmarkt und Krypto ist bei mir auch so, wo ich sage, da werde ich auch einiges rausnehmen und mein Risiko da reduzieren. Klar mache ich dann weniger Rendite, aber habe dann auch weniger Verlust, weil es echt schmerzt, wenn man Geld verliert. Habe ich auch, wie gesagt, alles in dem Video erzählt. Jetzt kommen wir zu meinem Balkonkraftwerk. Das ist auch eine Neverending Story, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Also fangen wir erstmal an. Ich habe im Januar 2022 mir ein Balkonkraftwerk bestellt, habe auch in diesem Video gesagt, was das für eins war. War ein spezielles Hotspot-Free, weil ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, wie ich es halt aufstellen kann. Man sieht es hier eh, wie ich es aufstellen muss. Da werde ich aber auch nochmal gucken, dieses Jahr, ob ich da was verändern kann. Genau, ich habe es bestellt im Januar. Ist nicht viel passiert. Habe nach vielen Nachfragen dann den Wechselrichter im Mai, Juni bekommen ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, jetzt habe ich den Wechselrichter da, aber keine Solarplatte, wo ich es hernehmen kann, weil die noch gedauert hat. Und deswegen habe ich eine Gebrauchte besorgt, beziehungsweise war das eine neue und habe die günstig bekommen. Habe die gekauft, habe die angeschlossen und habe die jetzt da gehabt. Und vor zwei Wochen kam jetzt die, die ich bestellt hatte und vergleiche die zwei jetzt und behalte mir dann die bessere. Weil die soll angeblich besser sein, die ich bestellt habe. Das ist eine Hotspot Free, die soll wesentlich mehr Ertrag bringen bei Schatten. Man sieht ja, die Position, die ich da hatte, ist nicht so gut. Habe auch ein eigenes Video gemacht zu meinen ersten Stromerträgen, die ich da hatte. Habe erstmal die Position getestet, dann die nächste Position. Habe da beispielsweise rumgespielt mit den Positionen, die ich so als Möglichkeit habe. Und genau, das kannst du dir auch mal anschauen. Das sind auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich es halt hinstellen kann. Habe jetzt wieder eine andere Position und vergleiche aktuell eben das Hotspot Free mit dem. Bisher nehmen die sich nicht so viel, mache aber noch ein ausführliches Video dazu. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hier aufgebaut, dass ich das gut zeigen kann. Weil ich bin ja hier kein Profi, ich bin ja eine ganz normale Privatperson. Und dann so zwei Solarplatten zu vergleichen, wenn man nur einen Wechselrichter hat, ist nicht ganz so einfach. Aber ich werde mein Bestes geben und zeige dir einen möglichst guten Vergleich, dass du einfach gucken kannst, ob es sich lohnt, mehr Geld für eine Hotspot Free auszugeben oder ob man sich sagt, ich kaufe einfach die günstigste, die es gibt, um einfach den bestmöglichen Ertrag zu haben, sozusagen von der Preis-Leistung. Weil wenn du sagst, du zahlst für die ganze Platte einfach 50 Euro weniger, dann brauchst du auch 50 Euro weniger Ertrag machen, damit du wieder auf Null bist, sozusagen. Also das ist auf jeden Fall so. Und aktuell ist es so, dass dieses Jahr die Mehrwertsteuer auf Solaranlagen wegfällt. Das heißt, so ein Balkonkraftwerk mit Wechselrichter ist praktisch, also ein Balkonkraftwerk heißt Wechselrichter plus Solarplatte. Fällt jetzt keine Mehrwertsteuer an, somit kannst du da Geld sparen. Und ich soll angeblich 67 Euro an Mehrwertsteuer zurückbekommen. Habe es mit denen ausgehandelt, weil es so lange gedauert hat. Leider habe ich bisher das Geld noch nicht gesehen. Also ich werde nochmal nachfragen, wenn es im Monat vorüber geht. Und dann schauen wir mal, vielleicht gehe ich es wieder zurück. Dann bin ich ein bisschen beschwichtigt. Aber trotzdem habe ich praktisch einen Ertrag von einem Jahr verpasst. Und hätte gerne ein bisschen mehr Erfahrung mit der Platte gesammelt und euch da Feedback gegeben. Ja, ging leider nicht. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich für meine Mutter die Kosten reduziert bei DSL und Smartphone-Vertrag. Und da ist mir noch eine Idee gekommen, weil ich jetzt aktuell versucht habe, meinen WLAN mit meinen Nachbarn zu teilen, beziehungsweise er wollte es sich mit mir teilen, also seinen WLAN. Und das klappt leider nicht so gut. Und da hatte der Kostenoptimierer, vielen Dank dafür, eine super Idee. Er kann mir so einen Code checken von O2. Also O2 generell läuft bei mir gut, habe ich auch hier. Wo ich den Tarif wesentlich vergünstigt bekomme bei O2 direkt. Und da gibt es einen Tarif, der nennt sich, ich glaube, O2 Max Unlimited oder so. Oder Unlimited Max, weiß ich nicht genau. Da hat man 500 Mbits Geschwindigkeit bei 5G. Ich habe ein 5G-Gerät, also würde funktionieren. Und hat unlimitierte Datenvolumen. Also Datenvolumen ist unendlich sozusagen. Das heißt, wie WLAN könnte man meinen einfach. Und durch seinen Code bekomme ich es für 30 Euro. Und aktuell zahle ich 25 Euro DSL plus 5 Euro Handy. Also DSL kostet 20 Euro und 5 Euro Handy. Und das wäre vielleicht eine Überlegung, dass ich das mache. Aber wäre ich 5 Euro teurer. Und deswegen, ja, solange ich das noch für 20 Euro bekomme, den DSL-Tarif, ist es für mich okay. Und werde erstmal dabei bleiben. Und ja, schade, dass es mit dem Nachbarn nicht geklappt hat. Also wollte ich noch dazu erwähnen. Weil bei meiner Mutter habe ich das halt eben alles reduziert. Und habe da in dem Zeitpunkt auch mein Auto verkauft. Das war auch ein Projekt, könnte man sagen. Dass ich mein Auto verkaufe und mal gucke, ob ich ohne klarkomme. Jetzt sind doch schon, ich glaube, 3 Monate, 4 Monate um. Und ich bin super happy damit. Also das hätte ich selber nicht gedacht. Ich bin ja doch schon ein sehr starker Autofan, könnte man sagen. Und bin extrem happy, dass ich es verkauft habe. Dass ich das Geld investiert habe. Bin jetzt nicht so froh. Hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Weil da habe ich doch sehr viel Verlust gemacht. Aber ich bin froh, dass ich es verkauft habe. Ja, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Ja, eine Sorge weniger zu haben. Aber natürlich nicht so gutes Gefühl, dass man halt nicht so frei ist. Aber da ich hier nah am Bahnhof wohne, ich noch Familienmitglieder habe, die ein Auto haben. Die mir es auch ausleihen würden. Anfangs habe ich mir öfter ausgeliehen, das Auto. Dann später weniger. Aber dazu kommt noch ein eigenes Video, wo ich die ganze Kostenaufstellung von meinem Auto mache. Ich habe es ja als Neuwagen gekauft. Also nagelneu. Und da ist interessant natürlich, wie viel Kohle man da verbrät. Aber das werden wir dann sehen. Ich bemühe mich, dass ich das in nächster Zeit schaffe. Vielleicht in ein, zwei Monaten das Video zu veröffentlichen. Genau, dann kommen wir zum Oktober. Da ist die nächste Sache passiert, weil ich ja mein Auto verkauft habe. Ende September. Habe ich im Oktober tatsächlich sofort meine Garage vermieten können. Könnte man sagen. Also meinen Stellplatz. Ist ja in der Tiefgarage drin. Genau, und da bekomme ich jetzt 60 Euro jeden Monat. Und das geht weiter. Also ich bekomme immer noch die 60 Euro weiterhin. Jetzt im Januar und im Februar auch. Also das läuft wunderbar. Und das freut mich auch sehr. Also es macht viel Spaß, wenn man so Geldeinnahmen hat, wo man nichts dafür machen muss. Habe ich selber nicht gedacht, dass das so geil ist. Jetzt verstehe ich die Immobilienbesitzer. Also die vermieten, nicht die Eigentümer. Schon die Eigentümer, die die Immobilie besitzen, aber auch vermieten. Und nicht selber drin wohnen. Genau. Ein geiles Gefühl. Einfach jetzt kriege ich aktuell 90 Euro im Monat. Einfach für Keller und Stellplatz. Und dafür muss ich ja nichts tun. Genau. Zahle für meine Miete sozusagen. Kann man ein bisschen gegen da hin. Also effektiv mache ich wahrscheinlich ein bisschen Gewinn. Wird auch interessant, wie ich es bei der Steuer angeben muss. Da habe ich schon einiges kalkuliert und überlegt. Weil ich muss ja irgendwie meine Miete auch abziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Da kommt wie gesagt das eigene Video dazu. Da werde ich dann tiefer ins Detail eingehen. Genau. Dann gehen wir zum November. Da ist es so, dass ich nur ein Projekt hatte, das abgeschlossen worden ist. Also ich habe es davor schon gespendet. Der Kostenoptimierter war auch mit dabei. Hat auch sein Anteil dazu beigetragen, könnte man sagen. Und da gab es ein Projekt von Ghana. Moment, wo habe ich das hingetan? Da haben wir es. Oder? Ja. Da muss es sein, genau. Die haben einen Brunnen gebaut in Ghana, damit die ein sauberes Wasser haben. Und das fand ich richtig geil. Habe ich mit 500 Euro unterstützt. Der Kostenoptimierter mit 1000. Die haben es umgesetzt und habe da Info bekommen, dass es geklappt hat. Und habe dann die ersten Bilder da gesehen und war dann echt happy, dass sie so etwas gemacht haben. Richtig coole Sache. Jetzt sehe ich gerade Amazon Smile. Wird eingestellt leider, weil es nicht den großen Erfolg hatte. Wo ich mir gedacht habe, 27 Millionen wurden eingenommen. Lufth und Deutschland, Österreich. Aber Amazon stellt die leider ein. Nur kurz zur Info. Ja, finde ich schade, aber ist halt so. Genau. Dann im Dezember habe ich einfach nur viele Bonis bekommen. Habe dann noch Spartanien vorgestellt. Das ist eine Cashback-Seite, die wirklich gut an Cashback was gibt. Ich habe da auch schon sehr viel bekommen und werde auch noch mehr bekommen. Genau. Und dann habe ich auch noch ein Video gemacht, wo ich alle Einkünfte nochmal zeige. Und dann nur meine YouTube-Einnahmen mit 2000 Abonnenten. Und jetzt können wir nochmal ein Fazit ziehen. Erstes High-Dollar, Geld verloren. Circa 30 Euro, 30, 40 Euro. Dann haben wir den Punk-Panda oder wie es der Messenger heißt. Da ist null verloren, also null Geld verloren. Aber Zeit dafür. Also Zeit dafür investiert, bis er ist verloren. Dann Robotics Online habe ich ein bisschen Geld gewonnen. Kontos auch schon geschlossen, alles gut. Dann bei Juicy Fields knappe 600 Euro verloren. Auch wieder miese gemacht. Dann bei den Apps gab es 3-4 Euro plus. Aber sehr viel Zeitaufwand. Also für mich persönlich zu viel einfach. Dann Verstaumilch, nur Keller. Gibt weiterhin jeden Monat 30 Euro. Super Einnahme. Echt geil. Also bin ich auch froh, dass ich die Serie gemacht habe. Weil dadurch war ich motiviert auch ein paar Projekte umzusetzen. Also ich habe ja gedacht, ich mache irgendein Projekt dazu. Weil sonst wäre es zu langweilig, nur die Einnahmen zu zeigen. Und deswegen bin ich echt happy, dass ich das gemacht habe. Und habe dadurch einfach meinen Keller mal vermietet. Genau. Dann die Scams, beziehungsweise mit Bonoro Gone Grow. Da habe ich nur Plus gemacht bisher. Also da gab es keine Verluste. Genau. Dann haben wir weiter die Solaranlage. Da ist halt so, dass ich aktuell sehr viel Kapital drin habe. 4 Euro war die Bestellung im Januar. Dann habe ich noch 145 Euro für die weitere Solarplatte ausgegeben. Somit bin ich da schon mit sehr viel Kapital investiert, könnte man sagen. Bisher ist nicht viel zurückgekommen. Also echt wenig, kann man sagen. Aber ich werde dann eine Platte ja verkaufen, nachdem ich das Video gemacht habe. Also eine Solarplatte, PV-Platte, wie man es halt nennen will. Genau. Deswegen kommt das Geld wieder zurück. Also im Gesamten dauert es ein paar Jahre wahrscheinlich, bis ich das Geld wieder reinbekommen habe. Genau. Dann mit der Kostoptimierung. Wie gesagt, aktuell schaut es nicht so gut aus. Das heißt, ich werde dann bei 25 Euro bleiben bei DSL und Handyvertrag. Und Autoverkauf hat es natürlich gelohnt. 10.000 Euro eingenommen durch den Verkauf. Und habe dann eben meine Garage vermietet, auch fix 60 Euro. Also auch wieder eine gute Sache. Dann das Projekt mit Ghana hat mir persönlich einen emotionalen Vorteil gebracht, weil ich habe mich sehr gefreut dafür, dass einige Menschen sauberes Wasser haben und dadurch die Lebensqualität extrem steigt. Was bei uns eher schwierig ist, die Lebensqualität zu steigern, die ist ja schon ziemlich hoch. Genau. Und jetzt haben wir Bonis, die waren echt super. Und das war so das Fazit. Also man kann sagen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich in 2022 bei ein bisschen Minus rausgekommen bin mit den Projekten, weil die Mieteinnahmen, die brauchen noch eine Zeit, bis das sich ausgeglichen hat. Am meisten habe ich verloren, weil Juicy viel ist ganz klar. Und der Rest sind dann eher Beträge, weiter unter 100 Euro. Klar, die Solarplatte, die, ja, es bekommt auch direkt, wie gesagt, das ist halt eine Investition in die Zukunft. Und deswegen bin ich da dabei. Genau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie es bei dir ausschaut. Hast du vielleicht einer der Projekte mitgemacht? Hast du da vielleicht was umgesetzt? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und für weitere hilfreiche Videos empfehle ich dir, dass du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Und wenn du jetzt noch die Playlist anschauen willst, die verlinke ich dir hier. Und kannst du auch mal anschauen, wie ich es im Detail aus erklärt habe. Und es folgen noch einige Videos, deswegen würde ich mich freuen, wenn du weiterhin meinen Kanal treu bleibst. Aber denk dran, machen ist wie wollen, nur krasser.